Hier landet der beste Kampfjet der Welt, mitten in den finnischen Wäldern. Nicht nur einer, gleich zwei F-35A sind im Anflug auf einer Autobahn. Es handelt sich hier um einen militärischen Test der norwegischen Luftwaffe. Die ca. 80 bis 100 Millionen Dollar teuren Kampfjets sind in der Lage, taktische Atombomben zu tragen und verfügen über die modernste Tantechnologie der Welt, sind daher für kaum ein Radar zu entdecken. Finnland ist im April 2023 der NATO beigetreten und hat eine 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Bei dem Manöver wird innerhalb von kürzester Zeit bei laufenden Triebwerken die Maschine betankt. Die Zeit am Boden kann so in Kriegszeiten enorm verkürzt werden. 52 solcher Kampfjets hat Norwegen bestellt. 2025 soll der skandinavische Staat alle Flugzeuge erhalten haben. Nach dem kurzen Stopp auf der finnischen Autobahn geht es für die zwei Maschinen wieder zurück in die Luft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017